Pseudarthrose, wenn Knochen nicht heilen wollen. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn man sich einen Knochen bricht, dann braucht er seine Zeit, um wieder zusammenzuwachsen. Es kann aber auch passieren, dass dieser Knochen auch nach längerer Zeit nicht zusammenwachsen will. Wie das passiert und was man dagegen tun kann, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Prof. Dr. Philipp Mommsen. Er ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie im Asklepios-Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin, um eben über dieses sehr spannende und auch wichtige Thema zu sprechen. Ja, spannend. Spannend vor allem. Wir reden ja über Pseudarthrose. Das ist der Begriff, der da jetzt ins Spiel kommt. Da frage ich mich doch bei so einem Knochenbruch, was hat denn das mit Arthrose zu tun? Im landläufigen Sinne eigentlich gar nichts, weil man Arthrose immer mit einem Gelenkverschleiß assoziiert. Aber es ist letztendlich eine Fehl- oder Falschgelenkbildung zwischen zwei Knochenanteilen, die gebrochen sind und eben nicht miteinander verheilen und dann ein falsches Gelenk bilden. Aha. Also irgendwas, wo es gar nicht hingehört, aber ein Gelenk, das gar nicht als Gelenk richtig funktioniert ja im Grunde, ne? Genau. Was eigentlich so mal gar nicht angelegt ist als Gelenk. Ja. Wenn ich mir so einen Knochen gebrochen habe, woran merke ich das denn, dass da sowas entsteht? Oder bin ich gar nicht die, die es merkt? Ah, der Patient merkt das schon und zwar einfach durch überdurchschnittlich lang anhaltende belastungsabhängige Schmerzen oder auch Schmerzen beim Bewegen der betroffenen Extremität. Sei es der Arm oder sei es das Bein. Das ist im Prinzip für den Patienten das Warnsymptom, wenn man es so nennen möchte. Und dann gibt es natürlich von ärztlicher Seite die entsprechenden Untersuchungen, die man dann anschließen kann, um das zu bestätigen, ob eben eine Pseudarthrose vorliegt oder nicht. Muss dann eine gewisse Zeit ins Land gegangen sein, bevor man sagen kann, wir gucken uns das an? Man macht natürlich bei jedem Bruch, den man sich zuzieht, gibt es vorgeschriebene routinemäßige Nachkontrollintervalle. In der Regel guckt man früh nach einer Operation, nach zwei Wochen, nach sechs Wochen, nach drei Monaten und nach einem halben Jahr, ob ein Bruch heilt. Und man kann dann schon im Verlauf absehen, ob es eher eine verzögerte Knochenheilung ist. Davon spricht man, wenn ein Knochen innerhalb von vier Monaten nicht verheilt ist. Von der eigentlichen Pseudarthrose spricht man in Deutschland zumindest erst dann, wenn ein Knochen innerhalb von einem halben Jahr nicht geheilt ist. Aber diese Definition ist nicht einheitlich. Das ist vor allem im internationalen Vergleich nicht einheitlich. In Deutschland hat man so diese Halbjahresgrenze. Manche sagen auch, eine Pseudarthrose liegt schon dann vor, wenn durch eine weitere chirurgische Maßnahme keine Heilung zu erwarten ist. Okay, das wäre ja dann ein anderes Thema in dem Moment. Gibt es denn bestimmte Bereiche im Körper, die ganz besonders anfällig sind für solche nicht zusammenwachsenden Knochen, für solche Pseudarthrosen? Ja, gibt es. Ein relevanter Anteil an Pseudarthrosen tritt an der Handwurzel auf, insbesondere am Kahnbein. Aber auch im Bereich der Sprunggelenke oder der Füße sind letztendlich Pseudarthrosen häufig. Und bei allen komplizierten Brüchen oder sehr schwerwiegenden Bruchformen können letztendlich alle Knochen im Körper betroffen sein. Auch die langen Röhrenknochen von Ober-Unterschenkel oder auch Unterarm, Oberarm. Ja. Heißt das dann, dass solche Pseudarthrosen in erster Linie nach Unfällen entstehen? Ja, in der Regel auf jeden Fall. Frakturen entstehen ja meist durch ein Unfallgeschehen, dadurch, dass irgendeine äußere Gewalt auf unseren Körper einwirkt. Es gibt natürlich auch Osteoporose-induzierte Frakturen, die dann auch in einer Pseudarthrose enden können. Und natürlich auch ein besonderes Risiko dafür haben, weil eben der Patient mit der Osteoporose schon mit einer geminderten Knochenqualität ins Rennen geht, wenn man es so sagen möchte. Ja. Aber in der Regel, ja, kann man so sagen, ist das ein traumaassoziiertes Problem. Ja. Also trifft es dann in erster Linie Sportler und ältere Frauen? Am Ende des Tages stimmt das, dass es so Häufigkeitsgipfel gibt, was Pseudarthrosen angeht. Und zwar eher jüngere Männer, so um die 30. Und dann nach hinten raus vor allem ältere Frauen mit Frakturen am Sprunggelenk oder an den Füßen, die, sagen wir mal, eine deutlich höhere Inzidenz, sagen wir, oder Häufigkeit für Pseudarthrosen aufweisen als Männer in diesem Alter. Ja, und also es wird ja wahrscheinlich schon einen Arzt gegeben haben, der mich dann zu Ihnen geschickt hat, angenommen es ging um einen Schienbeinbruch oder um einen Bruch im Unterschenkel, sagen wir mal so. Gucken Sie da nochmal extra drauf? Auf jeden Fall. Also was man auf jeden Fall machen sollte, ist jetzt nicht nur das aktuelle Röntgenbild, was dann kurz vor der Vorstellung bei mir gemacht worden ist oder was dann bei uns angefertigt wird, sondern man sollte sich auch den ganzen Verlauf anschauen, weil man allein schon aus der Bruchform, die initial bestanden hat, auch schon Rückschlüsse ziehen kann, was die mögliche Ursache sein könnte. Und was man natürlich machen muss, ist nochmal eine aktuelle Diagnose. Man muss ja auch im Prinzip die Diagnose erstmal bestätigen und da reicht es häufig nicht aus, einfach nur ein Röntgen zu haben. Weil? Weil beim Röntgen auch unter Umständen gewisse Knochenanteile oder Pseudarthrosen verdeckt sein können, einfach durch die Eigenarten, nenne ich es mal, der Röntgentechnik. Also es sollte immer auch eine CT-Bildgebung erfolgen, also eine Schnittbildgebung, die einfach viel detaillierter und auch in ihrer Dreidimensionalität den Knochen abbilden kann. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, durch welche Einwirkung das passiert, also Unfall oder eben Knochen nicht mehr stabil wegen Entkalkung. Aber die Tatsache, dass der Knochen selber nicht zusammenwächst, gibt es da auch nochmal verschiedene Gründe? Das auf jeden Fall. Also was man grob unterscheiden muss, ist die infizierte Pseudarthrose und die nicht infizierte Pseudarthrose. Infizierte Pseudarthrosen entstehen halt durch eine bakterielle Besiedlung des Knochens und die Bakterien resorbieren quasi den vom Körper gebildeten Knochen und deswegen kommt es nicht zur Ausheilung des Bruches. Und bei den nicht infizierten Pseudarthrosen muss man grundsätzlich zwei Ursachen voneinander unterscheiden. Entweder die fehlende mechanische Stabilität des Knochens durch die eingebrachten Implantate, wo der Knochen sehr wohl Knochen bildet und auch mehr als vielleicht bei einer normalen Bruchheilung erforderlich wäre. Aber es eben nicht schafft, die Kontinuität des Knochens wiederherzustellen, weil immer eine gewisse Mikroinstabilität da ist aufgrund der nicht stabil genug gewählten Implantate. Das sind die sogenannten Hypertrophen Pseudarthrosen, wo eben mechanische Instabilität die Ursache ist und davon abzugrenzen. Das sind die sogenannten Atrophen Pseudarthrosen, wo der Körper keinen ausreichenden Knochen bildet, um den Bruch zu überbrücken, weil die Durchblutung des Knochens in diesem Bereich gestört ist. Also sind wir wieder bei der Osteoporose? Bei der Osteoporose, aber auch bei letztendgültig der Frakturform. Wenn man sehr schwerwiegende Brüche gehabt hat, Splitterbrüche, Trümmerbrüche mit einem hohen energetischen Trauma, dann entstehen halt mehrere Bruchstücke. Und die sind dann häufig auch deperiostiert, sagen wir. Das heißt, die eigentlich blutversorgende Knochenhaut ist abgelöst von den einzelnen Knochenstücken und das führt dann dazu, dass diese Knochenstücke eben nicht mehr suffizient durchblutet sind und dann auch nicht zur Knochenbruchheilung mehr beitragen können. Nun kann ich mir vorstellen, dass so ein Infekt im Knochen, das damit ja nicht zu spaßen ist. Versuchen Sie dann erstmal festzustellen, ob das wirklich vorliegt oder sieht man das schon vorher? Sind das Erfahrungswerte? Es ist sehr schwer zu unterscheiden, rein mal von der Diagnostik, die man machen kann, zwischen einer infizierten und nicht infizierten Pseudarthrose. Es gibt beweisende klinische Merkmale, also wenn sich ein Fistel gebildet hat über einem Bruch oder um einen Bruch herum eine Abszessformation ist, also eine Eiteransammlung, dann ist das beweisend. Oder wenn ich eine Probe gewonnen habe aus diesem betroffenen Knochen und sich dort Bakterien zeigen, dann ist das ebenfalls beweisend. Aber das muss ja nicht immer der Fall sein. Es gibt so schleichende Infekte, die man klinisch und diagnostisch sehr schwer voneinander unterscheiden kann. Es gibt spezielle CT-Untersuchungen, die das unter Umständen vermögen. Aber das Wichtigste oder das letztendlich Beweisende ist immer die Biopsie oder die Probe, die man intraoperativ gewinnen sollte. Die man immer nehmen sollte, bei jeder Revisionsoperation am Knochen sollte man immer daran denken auch. Und wenn Sie feststellen würden, es gäbe einen Infekt im Knochen? Dann ist es letztendlich ein ganz grundsätzlich anderes therapeutisches Vorgehen als bei den nicht infizierten Pseudarthrosen, weil wir müssen erst mal den Infekt rauskriegen, also den Infekt beruhigen. Und dafür müssen wir alles nicht gut durchblutete und infizierte Knochengewebe, aber auch Weichgewebe, das gehört ja auch dazu, entfernen. Und wir müssten auch alle Metallimplantate, die vielleicht schon im Vorfeld einmal reingekommen sind, entfernen, weil natürlich das Metall immer besiedelt ist mit Bakterien, da da eben nicht die körpereigenen Abwehrzellen hinkommen, weil Metall ja nicht durchblutet ist. Und wie stabilisieren Sie dann trotzdem? Dann müssen wir in der Regel äußere Kraftträger verwenden, sogenannte Fixateure, die temporär, bis eine Infektberuhigung erzielt ist, den Knochen stabilisieren. Stangen sind das, also Stangen von außen, die mit solchen? Genau. Richtig. Und dann wahrscheinlich in einem zweiten Gang, also wenn das dann sich beruhigt hat und dann in einem zweiten Gang dann aber doch ja Implantate wieder einbringen, oder? So ist es. Der Knochen muss ja wieder stabilisiert werden. Es ist natürlich auch die Möglichkeit, in einem äußeren Gestell Knochen zur Ausheilung zu bringen. Ist natürlich für den Patienten weniger komfortabel, als wenn er ein Implantat hat, was im Körper versenkt ist. Aber da gibt es antibiotikabeschichtete Implantate zum Beispiel, die man da verwenden kann, um eben eine erneute Besiedlung des Implantates zu verhindern oder das Risiko zumindest zu minimieren. Und wenn es jetzt nicht infiziert ist und der Knochen stabil, also mit anderen Worten falsche Schraube? Dann muss man im Prinzip die falsche Schraube rausnehmen. Das heißt, klassischerweise, wenn man jetzt zum Beispiel eine Platte hat, die vielleicht etwas zu schwach ist für den Knochen, kann man additiv eine zweite Platte einbringen, die mehr mechanische, biomechanische Stabilität dann bringt. Oder aber wenn man zum Beispiel einen Marknagel hat, dass man dann den Markraum, in dem der Nagel ist, aufbohrt, um auch nochmal einen gewissen Durchblutungsreiz zu setzen und dann eben von einem dünnkalibrigeren Nagel auf einen höherkalibrigeren, also einen dickeren Nagel zu wechseln, der dann ebenfalls eine höhere mechanische Stabilität am Knochen halt bringt. Und ist es nicht dann, also wenn der Knochen osteoporotisch ist oder anderweitig geschwächt und daher dann die Lockerung ist ja noch komplizierter wahrscheinlich? Natürlich, auf jeden Fall. Wie machen Sie das dann? Muss man dann halt unter Umständen mehrere Implantate-Techniken, die man hat, verwenden. Man kann dann zum Beispiel einen Nagel auch noch mit einer weiteren Platte verbinden. Aber es ist natürlich so, man muss auch die Implantate im Knochen erstmal verankert bekommen. Und das sind natürlich dann sehr, sehr komplexe und schwierige Situationen, wenn man schon Probleme hat in den noch gesunden Knochenabschnitten aufgrund der möglicherweise osteoporotisch geschwächten Knochenqualität überhaupt Implantate zu verankern. Naja, zumal sie ja, zumal ja glaube ich das Prinzip immer ist, dass alles, was nicht vital ist, ja auch raus muss, damit das nicht auch noch Stress macht später. Das ist ja, das hört sich so an, als wäre, ich hätte eine Ursprungsoperation gehabt, meinetwegen eine Platte oder eine Schraube wegen eines Unfalls. Und jetzt also diese Revisionsoperation, die ist nochmal genauso doll wie die erste, oder? Ja, man muss insgesamt sagen, dass die Behandlung von Pseudarthrosen vom Patienten ein hohes Maß an Geduld erfordert. Es ist häufig eben nicht mit einer Operation getan, sondern in der Regel mindestens zwei Operationen. Und man weiß halt auch nie, was in einer Revisionsoperation einem dann tatsächlich begegnet. Man muss dann in der Operation auch immer auf die unterschiedlichsten Dinge reagieren. Und wenn man eben alles nicht gut durchblutete Gewebe entfernen muss, entsteht natürlich auch ein gewisser Knochendefekt, den man dann eben auch im weiteren Verlauf rekonstruieren muss, was ebenfalls nicht ganz banal ist. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!